Guten Morgen! Wir nehmen unser Iridium. Sehr schön. Wo ist mein Mann? Wo ist mein Mann? Wo ist mein Mann? Was tust du? Wo bist du, Mann? Was tust du? So. Das hier wird uns aufräumen. Das hier. Dieses Arme tun wir auch mal raus. Das hier kommt dann die Winterkiste. Dann... Achja. Das hier packt mal da rein. Kühlscheine packt mal hier rein. Dann... Warte, das kann man in die Winterkiste packen. So. Ähm... Wir können das hier da reinpflanzen. Wie schaut's hier aus? Ist immer noch nix fertig. Hm. Oh mein Mann! Hallo? Ich bin heute früh aufgestanden, um die Tiere zu füttern. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein wenig einfacher. Oh, dankeschön. Ich habe ja auch das Wasser für Mio aufgefüllt. Ah. Hm, na. Oh, Jodie hat mir Dünger geschenkt. Das ist lieb. Oh, noch was? Hallo, Juli. Ich werde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an alles Gute in diesem Jahr zu erinnern, zusammenzukommen. Eine beliebige Traktion ist das Wichteln, bei dem jeden in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Lol, schon wieder Luis. Dieses Jahr ist dein Geheimer Freund Luis. Verrate es niemanden. Das Fest wird um 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich dafür. Bürgermeister Luis. Ja, Bürgermeister. Ich sag dir nix davon. Hast du davon. So, jetzt sind wir hier. Das hatten wir schon, so wie es ausschaut. Kann man verkaufen. Auch verkaufen. Daraus können wir mal ja diese machen. Ähm, ja. Dann können wir das hier mal wieder drauf einsammeln und wieder einpflanzen heute. So. Schauen wir mal, wie weit wir dieses Mal kommen, wenn wir nur dann die Seed-Maker haben und dann da hinstellen und uns Ewigkeiten dann... Praktisch. Ja. Ich verkauf so viel Zeug, dass ich morgen das Haus bauen kann. Sag mal so. Ist einfacher. So. Hoppsa. Springer wollte ich auch noch einsammeln. So. Wunderbar. So. Tadadam. So. Sehr schön. Gib. Dann machen wir ja gleich Morgen können wir dann wahrscheinlich dann von den anderen einfach einsammeln. So. 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 Dann machen wir das Feld nochmal schön. So. Nur einmal können wir noch anpflanzen. Ich hab die Winterpogelscheuche noch gar nicht, oder? Ah, ich den Schneemann schon. Mal gucken. Ja doch, den hab ich schon. Ich dachte mal ganz so, hä? Ich dachte, den hätte ich schon gehabt. So. Wunderbar. So. So, oder nee? So, okay. Ich guck zu mir, zu viel Anime. Meine Stimme. Oh, meine Stimme verlässt mich. So. Dann pflanzen wir gleich das Zeug wieder ein. In die Wintersamen. So. Wunderbar. 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 Äh, da sind die Wintersamen. Ich glaub nicht, dass ich dann so viele Samen rauskrieg aus dem einen Ding. 60 mal... Wenn wir mal einfach mal annehmen, 60 mal 5, dann 300. Ähm... viel mehr Geld. Viel mehr Geld. Jetzt machen wir einfach mal diesen Wintersubtesten einfach mal aus. Dann wissen wir das. So. 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 die 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 das sehr schön wunderbar dann meine Pflanzen mal schauen was wird aus dieser Pflanze werden? das ist ein Kaktus schaut komisch aus ich glaub ich nehm die Pflanze so hä nein nein was haben wir hier ja das schaut doch viel viel besser aus so wir tun mal einmal die Pflanze da hinstellen gut und die ah wir könnten das einfach einmal darüber stellen ich mach das nämlich nicht wenn das so nah da ist stelle ich einmal ja machen wir es einfach mal so dann das hier hin das ist jetzt leer das da hin und das da hin so dann wollte ich mal das hier mitnehmen so 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 schaut doch hübsch aus also mir gefällt's so alles mitnehmen haben wir schon wieder Päze so ein paar Päze so und die Götze da ist meine Götze so ja da kann ich noch nicht geschlafen aber stimmt heute wollte ja mein Mann das hier fertig machen wey wir können ernten so so ein paar von den Dingern so plop 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 sind halt dann auf Ewigkeiten und machen immer wieder neues Zeug das ist toll so Nummer 14 so 2 hier geht's meinen Hühnern mhm 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 die liegen eyed die j ja ist ja gut so dann geh ich erstmal mein Inventar ausleerten da das Spiel das so möchte wobei ich könnte ja ich hier nochmal wenn ich schon dabem Samen einpflanzen die waren das fünf Und dann noch eins. Und da hier. So. Ich kann sich einfach mal sprühen. Dann! Fünf neue Sachen rein. Von denen. So. Und noch eins. Was ist das? Da. So. Schön gießen. Na komm, gib mir. Gut. Ja, dann kann ich ja die Dinger gleich wieder reintun. So. Jetzt hier ein paar Samen. So. Ich glaub ich mach die anderen einfach mal. Ohne. Samen rein. Geht ja, glaub ich, eh wahrscheinlich nach der ersten Ernte weg. Von daher ist es ja egal. Ja. Und dann noch die hier. Dum dum dum. So. Und da. So. Aber sogar ist vielleicht auch mal fertig. Schön. Hat auch lang genug gedauert. So, jetzt ist es um 15 Uhr. Krass. Mensch, geht's einfach nicht so schnell. So. Und dann gehen wir mal kurz. Ah, hübsch. Tun wir kurz hier ausleeren. Einfach nur weil ich's kann. Und dann... ...ultra-frucht-blau. So. Dann das Zeug weg. Alles was keine Eier sind. Aber dann können wir nicht die Eier wieder Mayonnaise draus machen. Achja, das andere Zeug muss ich auch noch verkaufen. Mensch. Das hab ich jetzt schon wieder fast vergessen. So. Nein. Hört auf rumzulaufen. Nicht rumlaufen. Einfach steht bleiben. Alles gut. So. Mal her. Mal her. Ich bin begeistert. Wir kriegen da eh die Eier. Dann machen wir auch Mayonnaise draus. Und hier auch. So. Oh, Käse. So ein... Nein, ich möchte den Käse nicht essen. So. So. Hat die schon gestreichelt hier? So. Schön. Und hier noch. Und da noch. Wer hat noch nicht? So. Dieses Mal gab's nur große Milch. Macht aber auch nichts. Es gibt keinen besseren. Ich weiß nicht, was mehr wert ist. Das will ich jetzt einfach mal wieder rein. So. Oh, schau. Da ist noch eine Milch. So. Gut. Dann würde ich sagen... Oh, wir können mal kurz nach der Mayonnaise schauen. Die ist noch nicht fertig. So. Hier gibt's sonst nichts. Wie schaut's hier aus? Da gibt's sonst auch nichts. Das Käse. Genau. Das Zeug wollte ich noch verkaufen. Bevor ich jetzt vergesse. Dann nehmen wir Offel. So. Wir verkaufen Krokus. Wir verkaufen Mayonnaise. Wir verkaufen... Ja. nochmal den Fisch. nochmal den Fisch. Verkaufen das hier. Mayonnaise. Käse. Und äh... Schneese ist Kartoffel. Ich glaub, das war's dann. Von dem Zeug, was ich verkaufen wollte. Sollen wir mal schauen. So, packen wir mal den Käse wieder unten da rein. So, ein Käse. Käse. Mehr Käse. So. Die Fische. Hm. Ja, ja. Äh. Ne? Du. Du passt auch nicht mehr rein. Dann lass mal die einfach da rein tun. Naja. Ist halt nochmal so. 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 Hm. Ah, Schatz. Ich habe vorhin eine Federmaus draußen am Fenster gesehen. Sie sind kaum zu erkennen. Aber wenn du dich konzentrierst, kannst du sie oft vorbeiflattern sehen. Sie sind da draußen. Ah. Hm. So. Ich kann das hier abgeben. Wir haben... Achso, Wintersaat. Warte. Das, das ist... Uralte Saat. Genau. Das Punkt packen wir ja hier rein. Hm. Ähm. Dann brauchen wir... Uralte Dingensen. Ja. Das kommt ja auch da rein. Das packen wir einfach mal auch da rein. Hm. Es ist 19 Uhr. Krass. Was würd ich denn noch tun? Ja, die Pflanze schaut schon viel viel größer aus. So. Wollen wir mal. Crystal Fruit hier rein. Achja. Das ist die uralte Frucht. Die wollte ich auch hier haben. So. Und dann... Ja. Ja. Könnt man eigentlich nochmal gucken wegen der Malenese. Bin ich aber jetzt nicht... Bin ich jetzt zu faul für. Hab ich die gegossen? Ich nehm das als nein. So. Das da rein. Ja. Gut. Es ist erst 19 Uhr. Aber ich glaub es ist Zeit ins Bett zu gehen. So. Gute Nacht. Sollen wir ein Kind haben? Juhl. Ey. Will ich ein Kind? Ja. Ich wollte ein Kind haben mit ihm. Ja. Hm. Ah. Da kam jetzt nicht so viel Geld raus, wie ich eigentlich gemocht hätte. Schade. Schlager. Ich wollte wirklich Geld raus.